Guten Morgen Börse XTB heute hier. Es ist Mittwoch, der 6.12.2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen auf die Märkte natürlich. Einiges Spannendes, was da gestern stattgefunden hat. Wir werden aber keinen Blick gönnen, uns gönnen auf den DAX. Der hat zwar neue Allzeithofs markiert, aber so wirklich spektakulär ist der für mich immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wir werden stattdessen auch was gucken, was einiges an Volatilität verspricht. Der Kryptohal ist zurück. Bitcoin über 40.000 Dollar gebrochen, bis in vertikal gegangen. Und warum ich Bitcoin ganz besonders interessant finde, ist weniger, weil Bitcoin oder Krypto generell ja schon seit graumer Zeit Anzeichen gesendet hat oder Zeichen gesendet hat, dass es eben stärker aufwärts gehen könnte. Wir haben tatsächlich in diversen Bitcoin-Analysen auf XTB.com.de, die immer mittwochs einlaufen, also heute ist wieder soweit, lesen können, schon wie gesagt seit Monaten, schon seit Juni, Juli, dass eben der Ausblick für Bitcoin Bullish ist. Deswegen überrascht diese Performance nicht. Was eben jetzt ganz interessant ist, ist, dass zeitgleich auch mit Bitcoin natürlich diverse Krypto-Aktien spannend werden. Also wir haben eine Riot ja vor längerer Zeit hier schon mal zum Thema gemacht. Also längere Zeit, so lange ist es noch gar nicht her. Maximal zwei Wochen, Breakout über 12 Dollar. Mittlerweile handelt die Aktie bei 14, 15 Dollar. Tatsächlich sogar sehr dynamisch im Windschatten Bitcoin folgen. Aber auch Coinbase zum Beispiel ist dann regelrecht steil gegangen. Und das Interessante ist, dass auf diesen jüngsten Push höher, jetzt gestern ganz besonders, eben wir doch so eine leichte Top-Out-Struktur in diesen Krypto-Aktien zu sehen bekommen haben. Warum Krypto-Aktien eventuell ganz besonders interessant sind und auch neben den Setups, auch kapitaltechnisch, einen näheren Blick wert. Dazu in wenigen Sekunden mehr, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risiko hinweist. Die Vision CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko an Hash-0-Geld zu verdienen, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal ein bisschen ein persönliches Risiko verriegelt und oder das ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xcb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet, insofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man auch die Möglichkeit, ein Leitkonto zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risiken weiß, findet ihr auf xcb.com.de. Darüber hinausgehend auch gerne Kontakt aufnehmen mit dem Kundensupport hier im Berliner Büro. Bevor wir zu den Kontaktdetails kommen, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event, könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, wie es beliebt. Kurz zu xcb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet vom Broker, weil die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links einmal hier aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und genau auf die wollen wir jetzt einen Blick uns gönnen und hier entsprechend den Bitcoin-Chart uns anschauen. Und wie gesagt, diese bullische Performance hier zum Thema machen. Ich will ganz kurz einmal verweisen auf die gerade schon erwähnten Analysen. Heute, wie gesagt, läuft in den kommenden Stunden eine Analyse ein. Hier könnt ihr sehen, letzte Woche am Mittwoch, das ist immer der Tag, an dem, es laufen auch andere darüber hinausgehende ein, aber das ist auf jeden Fall eine ganz speziell auf Bitcoin ausgerichtete und eine längere, um längere, das längere Bild umfassende Betrachtung hier an dieser Stelle, die da einläuft und da hatten wir ein Szenario, hier kann man auch die letztwöchigen Einschätzungen beispielsweise, die verlinke ich dann immer da drin, kann man sich die einschauen. Und wir hatten in dem Zusammenhang einen Momentum Drive in die Mit-40er zum Thema gemacht. Also wenn man ein bisschen nach unten scrollt, da gibt es diverse fundamentale Katalysatoren, die als auch zum Beispiel bullisch treibend wirken und das schon seit Wochen tun, seit Monaten eigentlich tun, hauptsächlich der Bitcoin-ETF, die Spekulationen um diesen, aber man kann es eben auch hier sehen. Somit stehen die Ampel in Bitcoin unserer Einschätzung nach weiter auf grün und wie bereits weiter oben thematisiert, also das war letzte Woche am Mittwoch, wäre mit einem Bruch über 38.000 Dollar, mit einem Lauf deutlich über 40.000 zu rechnen, eventuell sogar noch vor Weihnachten, während einer charttechnisch klare Eintrübung und so weiter und so weiter. Und ja, so ist es jetzt aktuell tatsächlich gekommen. Es gab eben eine entsprechende Beschleunigung oberhalb der 38.000 Dollar Marke, die hier stattgefunden hat und es gibt kein Halten in Anführungsstrichen. Zeitgleich haben wir zum Beispiel auch in Ethereum gesehen, gab es hier diesen Break auf neue Jahreshochs, auch hier. Das war ein Szenario, das hatten wir für die XDB-Kunden skizziert gehabt, eventuell anzuwisieren das Ziel oberhalb von 2.120 zunächst um 2.500 Dollar. Also der Kryptowinter, anders zusammengefasst, ist offensichtlich vorüber. So, und an dieser Stelle, wenn man sich jetzt diesen vertikalen Kursanstieg anschaut, dann ist sofort der Blick auf die Historie natürlich gegeben und man sieht, das muss noch nicht das Ende gewesen sein, das kann der Anfang von etwas wirklich sehr, sehr viel Größerem sein. Man überlege sich mal, dieser Aufschlag oder dieser Aufschläge, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, die bekommen wir zu sehen, ohne dass es schon entsprechende geldpolitisch klarere Schritte seitens der FED eigentlich zu sehen gegeben hat. Also das heißt, die US-Notenbank hat bis dato noch keinerlei geldpolitische Lockerungen in Aussicht gestellt, ein Umfeld, von dem Bitcoin beispielsweise gemeinhin als Kryptowährung, dann auch infolge der darüber hinausgehend zu erwartenden Abwertung des US-Dollars profitiert. Wir sehen also eine bereits stark bullische Performance, hauptsächlich getrieben meiner Einschätzung nach durch, das Vorwegnehmen von massiven Kapitalzuflüssen in Bitcoin, resultierend aus dem Hinterlegen von Bitcoin-ETFs, aufgesetzt zum Beispiel von BlackRock und Co., um dann eben diesem ETF einfach einen realen Touch zu verleihen, so ähnlich wie ein Gold-ETF zum Beispiel teilweise wenigstens mit realem physischem Gold hinterlegt ist. So, jetzt ist die Sache an dieser Stelle eben, dass das summa summarum ein weiter extrem bullisches Umfeld bleibt. Ich will jetzt nicht schon neue Allzeithaus ausrufen und so weiter, das wäre albern, aber zumindestens mal, ich wäre sehr vorsichtig, im Hinblick auf eben Short-Engagements würde hier eher das Momente von der Longseite spielen, wobei natürlich, wie gesagt, durch den jetzt schon erfolgten Run und diese Extension auf der Oberseite der Chancersisikofällen ist technisch, natürlich Long-Engagements erstmal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen werden. Also was du jetzt sehen möchtest, ist ein Abtragen, dieses Überdehntenmodus über die Zeit, sei es eben, dass wir eine Seitwärtskonsolidierung sehen, oder vielleicht eine Korrektur über den Preis, dass es hier zu einem Pull-In kommt und einem Test dieser jetzt hier, von der wir uns auch noch relativ weit schon abgestoßen haben, Aufwärts-Trendlinie sich etabliert hat. Das Interessante ist jetzt, oder beziehungsweise erstmal das Interessante, darüber hinausgehend sei erwähnenswert allerdings, dass wir natürlich durch die sogenannte ESMA-Entscheidung, die 2018 glaube ich schon stattgefunden hat, also das ist ja schon Jahre her, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr kapitalintensives, wäre hier an dieser Stelle auf solch ein Pull-In zum Beispiel zu spekulieren, oder generell in Bitcoin Long sich zu positionieren, denn wir arbeiten hier als Privatanleger mit einem Hebel von 2 zu 1. Das bedeutet also für das Aufsetzen eines CFD-Trades, auch Short jetzt an dieser Stelle, also Bitcoin leer zu verkaufen ist sowieso sehr, sehr schwierig. An dieser Stelle würden wir uns dann eben ein Vehikel, ein Derivate wie ein CFD nutzen. Dann hieße das um den Schluss, wir haben hier eine Kapitalintensität in Anführungsstrichen von über 20.000 US-Dollar, die wir zu hinterlegen haben als Margin. Und das ist natürlich etwas, das ist dann schon ein bisschen, wie gesagt, kapitalintensiver. Und schreckt ihr den einen oder anderen sicherlich auch ab. Es gibt aber andere Möglichkeiten, das in Anführungsstrichen zu umgehen. Und ich finde auch Price Action technisch eher Telling für eine eventuell bevorstehende Korrektur. Und da sind wir dann bei sogenannten Krypto-Aktien. Aktien, die also eine direkt positive Korrelation zu dann den Entwicklungen im Krypto-Bereich haben, wie zum Beispiel einer Coinbase. Coinbase spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle im Hinblick eben auf zum Beispiel Bitcoin, jetzt im Hinblick auf den Bitcoin ETF, weil Coinbase als die Börse fungieren soll, wo die dann zu hinterlegenen Bitcoins für diesen Bitcoin ETF entsprechend eben hinterlegt werden sollen. Und ausgehend hiervon hat es einen entsprechenden scharfen Run höher gegeben. Das hat schon hier stattgefunden. Dann eine schärfere Korrekturbewegung und eine Konsolidierung über eigentlich den gesamten Sommer und dann im Rahmen des übergeordnet eher durchwachsenden Umfeldes auch. Nicht wirklich abhebend, aber deutlich sich stabilisieren gegen 70 Dollar. Das waren dann auch diverse Untersuchungen, zum Beispiel seitens der SEC, Klageschriften, die davor getragen worden sind, dass da Produkte angeboten werden, für die keine Zulassung bestehen und so weiter und so weiter. Hat sich allerdings alles, ist sich ausgegangen, wovon ausgegangen werden konnte. Und dann sehen wir eben jetzt aktuell eine massive Beschleunigung mit einer mehr als Verdoppelung des Aktienkurses von Bitcoin seit Anfang November. Also das heißt, hier können wir sehen, da ist der Boden gefunden, 30. Oktober und ab dort ging es dann scharf vertikal aufwärts. Jetzt aber das Interessante. Während wir in Bitcoin sehen können, dass wir bis dato dieses Momentum in der Lage sind zu halten und nicht abverkauft werden, also so einen kurzen Spike gibt und wieder rückverkauft werden, muss ich ganz ehrlich gestehen, sieht das in Coinbase anders aus. Schauen Sie sich mal den Kursverlauf an. Wir sehen verhältnismäßig lange Lunden, die sich hier herausbilden. Kleine Kerzenkörper, die sich hier herausbilden. Also jetzt im Bereich um 140 Dollar. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, früher oder später wird es mal einen Pull-In geben im Kryptobereich, der auch sehr, sehr schnell stattfinden wird, Potenzial. Und kann mir dann auch ausgehend hiervon vorstellen, dass ganz besonders Coinbase ebenfalls vor einer tieferen Korrekturbewegung steht, die ich hier eben auch weniger kapitalintensiv in der Lage bin zu handeln. Zum einen haben wir hier mit Aktien-CFDs einen Hebel von 5 zu 1. Zum anderen haben wir eben mit einer Aktie, die um 140 Dollar zum Beispiel notiert, haben wir dann einen geringeren Kapitalbedarf. Also pro CFD 140 geteilt durch 5, da sind wir jetzt, muss ich mal ganz kurz rechnen, 18 Dollar an dieser Stelle. Und das multipliziert zum Beispiel mit 50. Wenn ich 50 CFDs plane, Coinbase zu shorten oder dergleichen, dann bin ich eben hier bei einem Kapitalbedarf von, was nimmt es, 800, 900 Dollar, Pi mal Daumen, ja, 900 Dollar, was wesentlich leichter ist, als eben das Ganze über einen Bitcoin-CFD abzubilden. Und demnach sind auch Kryptoaktien meiner Einschätzung nach durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Nicht, dass ich jetzt sage, short im Kryptobereich oder dergleichen. Wie gesagt, da wäre ich sehr vorsichtig. Wir wissen, solche Bewegungen können sich lange, lange ziehen. Aber ich finde es telling, dass wir aus dieser Vertikalen jetzt aktuell das nicht mehr weiter nachzeichnen im Coinbase-Chart, sondern stattdessen eben Price-Action-technisch Intraday-Spierigkeiten haben, Momentum aufzunehmen. Also wir kommen relativ stark rein. Das war jetzt schon am Montag der Fall. Das war auch gestern am Dienstag der Fall. Da haben die Hochs nochmal marginal rausgenommen. Wir fangen eben an, hier tiefere Hochs jetzt marginal auszubilden auf der 5-Minuten-Ebene. Und wir laufen eben offensichtlich mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs wieder in Richtung der 140 und konsolidieren um die. Und ich würde sagen, allerspätestens in dem Moment, wo wir unter die 138 gehen, könnte es schon interessant werden. Das wären dann bis dato sogar neue Wochentiefs. Das wäre wenigstens gut für eine Gap-Close. Auch das ist auch von der Schwankungsbreite mit der ATR hier größere Ordnung. Auf Tagesbasis von 6,50, 7 Dollar ungefähr ist das innerhalb eines Tages machbar, dass wir bis in Gefilde um 133 laufen. Vielleicht sogar bis in 130er Gefilde, was sich Intraday durch einen Abwärtstrend short interessant handeln könnte. Eventuell gibt es auch eine tiefere Korrekturbewegung, die uns dann führt bis in Gefilde ungefähr um die 120er Region ist es dann eventuell. Die hätte ich dann als erstes auf dem Schirm, auf der Unterseite. Also Coinbase, meiner Einschätzung nach, auf jeden Fall einen näheren Blick wert. Wie gesagt, von der Long-Seite aktuell nicht. Vor dem Hintergrund dieses extensierten Modus, Chance-Risiko-Verhältnis technisch für Investments sowieso sehr, sehr schwierig. Eventuell längerfristig bei einer Korrektur durchaus mal für einen näheren Blick wert. Könnte vielleicht vor einem Revival stehen, die Aktie. Kurzfristig als spekulatives Handelsinstrument für einen Pull-in-Trade, für einen Rücksetzer durchaus aber einen näheren Blick wert. Soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder hier gemeinsam mit XTB zum Guten Morgen Börse. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.